Denk daran, es geht nicht darum, wie ihr das Spiel spielt, sondern wie sehr ihr allen in den Arsch tretet, die euch Ärger machen. Verstanden, Sally. Also gut. Sind alle bereit? Fangen wir an. Achtung, Söldner im Anmarsch. Tut alles, um zu überleben. Klingt, als hättest du an alles gedacht, Victor. Wir werden dich nicht enttäuschen. Jetzt kann es weitergehen. Unsere Partnerschaft wird beendet. Unterricht dich nicht. Habt das Arschloch wieder! Hört sich auf! Das war der letzte dieser Witzbolle. Gute Arbeit. Gut. Ein weiteres Ziel erfüllt. Es kann weitergehen. Gut. Ich bin hier. Plötzlich ist es vorbei. Plötzlich ist es vorbei. Gut, wir werden fürs Erste fertig, aber es kommt noch mehr. Das nehme ich mit. Für mich. Was? 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 Was für dich? Nicht gerade beeinflusst, Schatz. Wir haben sie alle beiseitigt. Gut gemacht. Das wäre erledigt. Sully, wie sieht's aus? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gehen! Schaff es, Granate! Ach du Scheiße! Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Jetzt kann es weitergehen. Geil. Kommen wir zu etwas anderem. Ihr müsst hierbleiben und diesen Bereich eine Weile sichern. Das war eine intensive Einsatzbesprechung. Also, sind alle bereit? Was? 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 Ich muss hier weg! Was? 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 Vielen Dank.